Ich fuhr mit dem Auto zum Flugplatzhahn, dort stellte ich mich in der Schlange ein. Von hier wollte ich nach Malle fliegen und dann spannend in der Sonne liegen. Die Dame am Schalter, die sagte mir Barsch, für sie ist der Flug hier am Arsch. Am Arsch hängt der Hammer, der Hammer hängt am Arsch und hängt er nicht an seinem Platz, dann machen wir Rabats. Am Arsch hängt der Hammer, der Hammer hängt am Arsch und hängt er nicht an seinem Platz, dann machen wir Rabats. Im Supermarkt an der Kasse, die Kassiererin war einfach klasse. Ich fragte, hast du heute Zeit? Sie war auch gleich dazu bereit. Ihr Chef, der meinte aber nur, heute Abend ist bei uns in der Tour. Am Arsch hängt der Hammer, der Hammer hängt am Arsch und hängt er nicht an seinem Platz, dann machen wir Rabats. Am Arsch hängt der Hammer, der Hammer hängt am Arsch und hängt er nicht an seinem Platz, dann machen wir Rabats. Ein Blitzer hat mich mal erwischt, ich sah nur dieses rote Licht. Verdammt, jetzt ist der Lappen weg, ich bekam dann einen großen Schreck. Die Polizei hat's auch gesehen, nun kann ich wieder zu Fuß gehen. Am Arsch hängt der Hammer, der Hammer hängt am Arsch und hängt er nicht an seinem Platz, dann machen wir Rabats. Am Arsch hängt der Hammer, der Hammer hängt am Arsch und hängt er nicht an seinem Platz, dann machen wir Rabats.